Heute Morgen wurde in der Rüde Nussin ein grausam verstümmelter Leichnam einer jungen Kohlenträgerin gefunden. So was? Ich habe eine Gedächtnisschlücke! Wie zum Teufel bin ich überhaupt hier hell zurückgekommen! Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich meinen Regenschirm verloren habe, den mit dem Affenkopf. Ja, und ich mein Taschentuch! Die Justiz ist den Verbrechern aufgrund zweier Beweisstücke, welche am Tatort zurückgelassen wurden, bereits auf der Spur. Ein grüner Regenschirm mit einem Affenkopf. Was? Und ein Taschentuch mit dem Initialen JM. Mein Monogramm! Sie sind mir ja zwei Schwerverbrecher! Mir ist was passiert! Ich bin angeschmiert! Ich bin, ich bin angeschmiert! Und ich bin, ich bin, ich bin angeschmiert! Er ist, er ist angeschmiert! Komm ich da mit Meisterbeste raus, dann bin ich garantiert, dann bin ich garantiert zu dir! Ich bin angeschmiert! Untertitelung des ZDF, 2020